Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, auch wenn es ein trauriger Anlass heute werden wird. Denn irgendwann ist auch mal die beste Zeit mal vorbei. Irgendwann muss man auch mal sagen, okay, das war's. Es ist jetzt genug, es reicht, es ist genug produziert worden, ihr habt genug Geschichten gehört. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt eingetroffen mit dieser Folge. Denn es wird erstmal keine weitere Folge geben. Pause. Und ich hoffe, du bist noch dran. Denn, tadaa, ein bisschen verarscht habe ich dich trotzdem. Ich wollte es auch mal probieren, wie das ist mit diesen Clickbaits. Also wenn man irgendwas anteasert und es dramatisiert und es am Endeffekt gar nicht so ist. Wobei ein kleines Stückchen Funken Wahrheit ist schon mit dabei. Denn die nächsten vier Wochen wird es keine Podcast-Folge geben. Aber keine Sorge, nicht weil ich aufhöre, sondern weil, tadaa, Sommerpause ist. Und ich möchte gerne auch mal irgendwie mal weg, auch wenn es vielleicht nur im kleinen Rahmen ist. Aber ich möchte auch gerne mal ein bisschen Abstand haben und eine Zeit lang mal keine Podcast-Folgen produzieren. Und vor allen Dingen euch auch mal vier Wochen mal Zeit geben, durchzuschnaufen. Und wir starten dann wieder zur dritten Staffel mittlerweile. Ist das irre, oder? Die dritte Staffel startet am 2. September 2021 mit ganz vielen weiteren spannenden Gästen. So wie ihr es aus den letzten knapp zwei Jahren gewohnt seid. Und an dieser Stelle einen fetten Dank an die Treue, an das regelmäßige Zuhören, an das Mitmachen bei Aktionen, bei Verlosungen, bei Umfragen, bei Hörerreaktionen und so weiter und so fort. Ich bin so froh, dass ihr immer wieder regelmäßig einschaltet und immer wieder neue Leute dazukommen. Wir sind mittlerweile schon ein richtig großer Haufen geworden. Und das ist echt toll zuzuzählen, wie das wächst. Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer. Egal wie auch immer er aussehen mag. Ob die einen vielleicht wegfahren wollen, die anderen vielleicht nicht können, zu Hause bleiben müssen. Die anderen in Deutschland umhertingeln. Ganz egal. Das Wichtige ist dabei, gesund zu bleiben. Und dass wir uns ohne Beeinträchtigung ab dem 2. September an dem Donnerstag wieder zur dritten Staffel von Beredet wiederhören. Und vielleicht dann auch wiedersehen, wenn es auch nur über Instagram-Stories oder Facebook ist. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Treue in den letzten zwei Jahren. Viel Spaß noch bei dem, was noch kommen wird. Es kommt noch einiges. Die Gäste sind schon vorproduziert. Ich habe ja meistens so acht bis neun Wochen tatsächlich Vorlaufzeit. Also mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Folgen, die ihr hört, die werden nicht immer in der Woche erst aufgenommen. Sondern die sind zum Teil echt acht, neun Wochen vorher schon vorproduziert. Und dann seht ihr mal, wie viele Gäste sich schon angemeldet haben. Und wie viele Gäste interessiert daran sind, eine Podcast-Folge bei Beredet mit mir zusammen zu produzieren. Und das freut mich echt ungemein. Also, uns allen eine schöne Sommerzeit. Kommt gut durch die Zeit. Und wir hören uns jetzt, sage ich, zum fünften Mal am 2. September wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Und vor allen Dingen, bleibt neugierig. Bis bald.